Hallo und herzlich willkommen! Ich werde dir heute in weniger als fünf Minuten genau erklären den Unterschied zwischen zwei scheinbar gleichbedeutenden Wörtern und zwar Anleitung und Anweisung. Deutsche Sprache ist eine logische Sprache. In einem Wort können wir sehr oft viele Hinweise finden. Zum Beispiel in dem Wort Anleitung haben wir ein verstecktes Verb leiten. Zum Beispiel Anleitung leiten. Leiten bedeutet dass eine Person uns hilft durch einen Prozess. Sie gibt uns quasi Instruktionen was wir machen sollen. Genau das sind die Anleitungen. Die sind zum Beispiel Bedingungs oder Aufbaueinleitungen. Das sind wie eine schriftliche Erklärung wie man etwas benutzt. Zum Beispiel Ich benutze eine Anleitung um einen Schrank oder ein Bett aufzubauen. Eine Lehrerin sagt, hier finden sie eine Anleitung wie sie die Aufgaben lösen können. Oder ich schreibe eine Erörterung auf Deutsch mit Anleitung meines Deutschlehrers. Das heißt, ich schreibe in Erörterung einen Text und mein Deutschlehrer hilft mir dabei. Viertes Beispiel. Für dieses Produkt benötigt man technische Anleitungen als Unterlage. 5. Unser Firma bittet praktische Anleitungen zur Vorbereitung einer Überseereise an. Das heißt, unser Firma bittet ganz praktische Tipps oder Instruktionen für eine Überseereise. In Wort Anweisung haben wir Weise. Das heißt, man sollte sich auf eine bestimmte Weise verhalten. Zum Beispiel wie ein Mandikament eingenommen werden muss oder eine Hilfestellung zu besserem Verständnis an bestimmten Tätigkeiten. Nehmen wir ein paar Beispiele. Bitte folgen Sie meinen Anweisungen. Das sagt zum Beispiel ein Chef zum Mitarbeiter. Oder ich schreibe einen Text auf Deutsch auf Anweisung meines Deutschlehrers. Das heißt, mein Deutschlehrer hat mir gesagt, ein Text auf Deutsch zu schreiben. Er hat mir Anweisung oder quasi Instruktion gegeben. Anweisungen sind Befehle, aber nicht so streng wie Anordnungen. Folgen Sie meinen Anweisungen, sonst müssen Sie die Konsequenzen tragen. Oder jetzt wurde auf Anweisung des Präsidenten anders gehandelt. Das heißt, Präsident hat eine Anweisung gegeben und es muss anders gehandelt sein. Beispiel die Anweisung zur Medikamenteneinnahme steht auf dem Beipackzettel. Wenn du dieses Video hilfreich findest und jetzt verstehst genau den Unterschied zwischen diesen zwei Wörtern, bitte Like und Subscribe anklicken. Sehr gerne einen schönen Kommentar schreiben und dieses Video weiter teilen. Bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal.